halli hallo mein lieben homies willkommen zu einer weiteren aufgabe von fluch der pharao und so wir rufen kurz unsere karte auf nämlich genau hier wachposten im östlichen tor ja und viele haben wir auch nicht mehr wir haben nur 23 quest haben oder über und 34 festung ich würde mal sagen eher weniger aber egal danach haben wir das thema durch so hier ist natürlich unser schatz 1 2 3 eierköpfe jetzt wieder so einfach die mobile grauen dass sie gar nicht mehr wissen von den finden ist da kommen den knallen direkt mit dem bogen ab ich denke was geht das hier so langsam natürlich den billigbogen gerade erst dann fragen dann nicht so geht das hier so du haben aber nichts mehr zu schießen jedoch super mein lieben homies grüßt euch natürlich alle recht herzlich bald kommt wieder eine runde mario kart der bocker kommt auf meinen kanal günstig wenn ich da nicht alles euch selbst überlassen so er wird die schätze unterstützt mich abonniert es kommt euch nur zugute zusammen wenn wir viele erreichen ist einfach so dass ich blöd gesagt das stimmt so wer das lesen möchte pausiert natürlich kurz das spiel oder gesagt dass die video und gönnt es so er mit dem schatz damit haben wir eine weitere aufgabe in fluch der pharaonen auf unsere art gemeistert sehr sehr schön freut mich auf jeden fall mein lieben homies ich wünsche natürlich noch einen wunderschönen tag und dann sage ich sind wir uns bei der nächsten aufgabe ich bedanke mich natürlich wie immer fürs zuschauen auf wiedersehen meine lieben homies